Hallo, mein Name ist Dedu und ich bin Gründerin von Popup-Yoga in der Schweiz und es freut mich sehr, dich durch die nächsten paar Videos auf eine Reise nehmen und zwar in die Welt vom Yoga. Als Yogalehrerin würde ich oftmals gefragt, ob ich jeden Tag auch wirklich Yoga praktizieren und meine kurze Antwort ist jeweils ja. Aber meine längere Antwort wäre ja, ich praktiziere jeden Tag Yoga, aber nicht unbedingt nur Körperübungen. Und darum möchte ich dir in den nächsten paar Videos zeigen, was ist eigentlich Yoga. Nicht nur Körperübungen oder auch Asanas, wie man sie nennen, sondern es gibt auch ganz viele andere Aspekte, die ins Yoga gehören. Und ich dachte, wir fangen gerade an mit so einer ganz einfachen Übung, die wirklich für jeden geht. Du kannst dort, wo du jetzt gerade bist, am besten in einer sitzenden Position für ganz einen kurzen Moment deine Augen schliessen. Ich mache mit dir mit. Du hast auch meine Augen schliessen. Und wenn du willst oder wenn das gerade geht, legst du deine Hände auf deinen Bauch und wir nehmen drei tiefe Atemzüge in unseren Bauch hinein. Das heisst, wir atmen tief durch die Nase ein. Gespüre, wie dein Bauch gegen rausgeht mit der Einatmung und wieder tief durch die Nase ausatmen. Bis du keine Luft mehr in deiner Lunge hast und dann gleich nochmal einatmen. Bis tief in den Bauch und wieder ganz langsam und tief ausatmen durch die Nase. Und ein drittes Mal tief ein und tief ausatmen. Und wir dann ganz langsam die Augen wieder öffnen. Und wie du jetzt wahrscheinlich gerade merkst, es braucht manchmal nur drei Atemzüge, um einen Reset zu haben in deinem Tag. Man fühlt sich gerade wieder ein bisschen mehr gegerdet, gerade wieder ein bisschen mehr präsent und kann dann so wieder weiter in den Tag gehen. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.